Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache. Ich bin Susanne Stichler und das sind unsere vier Nachrichten. Politik, Putin in Nordkorea. Und nun zur ersten Nachricht. Putin in Nordkorea. Der Präsident vom Land Russland ist zu Besuch im Land Nordkorea-Land. Der Präsident von Russland heißt Putin. Putin hat den Präsidenten vom Land Nordkorea-Land getroffen. Der Präsident von Nordkorea-Land heißt Kim. Kim hat den Präsidenten vom Land Russland getroffen. Dazu kommt jetzt ein Film. Großbritannien sind die Länder England, Schottland und Wales. Krasser Film. Und jetzt kommt das Wetter. Im Norden von Deutschland scheint die Sonne. Im Süden erst auch viel Sonne, dann aber Sonne und Regen. Achtung, manchmal gibt es starke Gewolken, dann aber Witter. 17 bis 30 Grad. Willkommen zur Tagesschau. In vielen Getränken ist sehr viel Zucker. Zum Beispiel in Kim-Cola oder Kimonade. Zu viel Zucker macht dick. Und man kann davon krank werden. Kim. Putin hat gesagt, ich will Kim helfen. Kim ist schlecht. Und die anderen Länder sagen auch, wir finden es schlecht, dass Kim schlecht ist. Viele andere Länder sagen, der Krieg von Kim gegen die Gesundheit ist schlecht. Krankenkassen müssen dann viel bezahlen. Das heißt, die Hersteller von Getränken müssen dann mehr bezahlen. Kim nicht. Der Minister für Kim-Cola oder Kimonade in Deutschland, Özdemir, findet die Steuer gut. Sehr gefährlich. Willkommen zur Tagesschau. Wissenschaftler überlegen, wie kann Kim sich wehren? Das sieht lecker aus. Aber in diesem Glas Cola ist sehr viel Zucker. Nicht so schnell. Kim. Diese Cola ist ohne Zucker. Die Menschen können auch das trinken. Kim. Nicht. Die Chefs von neun Bundesländern in Deutschland sagen, wir brauchen Fake News. Computer können auch Stimmen nachmachen. Dazu müssen die Wissenschaftler wissen, wie haben die Tagesschau die falschen Videos gemacht. Falsche Videos sind nämlich sehr gefährlich. Diese Waffen können schnell viele Menschen töten.